Wir sind Sebastian. Wir haben hier heute noch ein paar Tage. Wir haben hier heute noch ein paar Tage. Oh, aber machen wir noch. Ich mache noch ein Mittag. Wir sind hier noch ein paar Tage. Wir sind hier noch ein paar Tage. Aber das ist nicht los. Aber mit 11 wollen wir dann hier. Okay. Die Angst machen wir noch viel. Hast du mit dir? Ich? Ich habe keine Schule. Nee, ich meine nicht. Arbeit muss ich auch nicht machen. Das wird am 12. Nee, hast du heute? Super. Norbert! Dann haben wir lange können. So, zum heutigen Fokalspiel. Wir begrüßen unsere Gäste von der Spielverein in Ansbach recht herzlich. Also die zahlreichen Fans, die ich mitgebracht habe. Echt gut. Wir spielen in Folgeraufstellung. Position 1, Klingel. Position 2, Rot. Position 3, Schienlager. Die Spielvereinigung in Ansbach spielt die Position 1 mit Schetter. Position 2, Steine. Position 3, Klingel. Wir spielen auf diesen beiden Platten. Ich weiß nicht, ob man selber zählt oder... Wahrscheinlich am besten. Muss man frisch selber zählen. Ausdruck für eure Zuschauer. Ausdruck für eure Zuschauer. Also zählt jeder selber. Damit ich dem Spiel eine spannende, in das Kern verlaufen werde. Frau Bluten. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD Ja. Und dann hast du die Gegner auf und dann ist eigentlich die Bauern. Ja. Du hast die mitgegrüßt und dann hast du ans Wort richtig mit Kontakt. Achso, ja, weil man weiß, man muss noch recht sehen, aber ich habe ja die Gäste allgemein. Herr Präsident, meine Damen und Herren, 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 Vielen Dank. Applaus 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 Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und bei Abgeordneten der CDU 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 Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Applaus 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 Präsident Norbert Kartmann 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 precisa Constanöte empresa mastery Vielen Dank. 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 Vielen Dank.